Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 12.07.2021 und unser DAX spielt weiterhin seine Späßchen mit uns. Macht sicher einen freundlichen Spaß daraus, den Leuten die Zunge rauszustrecken, immer wieder in die andere Richtung durchzudrücken, immer wieder zurückzuziehen. Das, was er am Vortag gemacht hat, ich glaube, wir brauchen uns gar nicht drauf eingehen. Das ist mittlerweile so offensichtlich eigentlich für alle. Jeder, der hier drauf guckt, der sieht das, der riecht das. Wir haben es auch gestern wieder gesagt, klar, das Short-Signal, er muss unten jetzt weiterliefern, er muss unten unter der 350, unten weiter oder flach zur Seite liegen bleiben, damit er dann am Montag wieder weiterfallen kann, um hier mal aus dieser Seitwärtsphase rauszukommen. Wir haben gesagt, ich will nicht über 4,60 sehen. Wenn er über 4,60 geht, hätte er mir schon wieder viel zu viel Konterschance, dann eben hoch an die 550, an die 600 und eben auch vielleicht ran an 7,15 bis 7,30 hier. Ja, er ist direkt auf der 4,60 gestartet und das war schon der erste Stinkefinger. Das sah dann hier in diesem Bereich, war ganz gut aus, dass er umdrehen kann. Man sieht das auch an den Kerzen hier, haben wir schön Schatten gebildet. Also untergeordnet gab es da auch eine rote Schundenkerze, die durchaus Potenzial gehabt hätte, das Ding auch umzudrehen, weil so wird es irgendwann aussehen halt. Also es wird irgendwann in so einem Rücklaufbereich, wie hier, sich dann auf einer 4,60 oder auf, wie wäre ja hier, die 550 gewesen, so wegdrücken, aufdrehen und runter. Und dann lang gehen und strecken. Aber momentan scheint er dann nicht für bereit zu sein oder die Leute noch nicht zu haben oder verdient momentan genug Geld daran, dass die Leute immer wieder in die falsche Richtung irgendwie reingewischt kriegen. Und so Seitwärtsphasen, das liegt ja auch meist nicht vielen gut. Auf der anderen Seite kann man diejenigen richtig antrainieren, die oft mit Stops arbeiten, die dann sagen, boah, das pisst mich so an, werde die ganze Zeit ausgestoppt, immer wieder ausgestoppt, immer wieder ausgestoppt. Das lasse ich jetzt künftig einfach bleiben. Das bringt mir, die hat mir die ganzen letzten Wochen, Monate keinen Vorteil gebracht. Egal, was wir immer alle erzählen, ich mache es jetzt ohne. Puppdiwupp, klingt das super gut. Die werden antrainiert, angeführt und dann kommt wieder Trendphase. Ich weiß gar nicht, ob wir das, ob wir das gestern im letzten Video mit erzählt hatten. Hatte ich das mit erzählt? Ich glaube, ich habe es ein bisschen rausgeschnitten, damit das Video nicht zu lang wird. Aber wir müssen schon sagen, dass, wartet mal, das funktioniert am besten wahrscheinlich, wenn ich mal kurz mit Snipping-Tool was ausschneide. Aber das will ich euch zeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es im letzten Video gemacht haben. Deswegen machen wir es jetzt einfach vielleicht auch doppelt, falls ich es doch gesagt hatte. Wartet mal kurz, es geht schnell dann auch. Weil das will ich nochmal zeigen, damit die Leute auch wissen, wo das Risiko liegt. Der hat gestern, am Freitag hatte einer von mir richtig breit, hat er im Chat gekriegt. Das muss ich immer ein bisschen aufpassen. Ich bin da manchmal recht grob, wenn ich merke, dass die Leute Risiken deutlich penetrant, markant unterschätzen. Weil es ist einfach so, es gibt ein bestimmtes Verhalten, was ich immer wieder sehe. Und das zyklisch. Da kannst du fast einen Wecker nachstellen. Man merkt es an den YouTube-Kommentaren. Die werden irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach aggressiver, weil die Leute genervt sind, Ewigkeiten in ihren Positionen sitzen, immer mal wieder im Plus sind, immer mal wieder im Minus sind, immer wieder im Plus sind, immer mal im Widerstand. Der Markt bewegt sich nicht. Das pisst ziemlich viele an. Andere, man macht sich halt immer so die Hoffnung, jetzt passiert es, jetzt passiert es und dann kommt es. Und dann werden die Leute aggressiv und werden böse und wütend. Und dann fangen sie natürlich zuerst immer bei mir an zu schimpfen. Wir kennen das aber. Ich kann das ganz gut einordnen, wo das auch herkommt. Es ist keiner böse, weil die Analyse jeden Tag schlecht ist, sondern das hängt immer ein bisschen mit der eigenen Positionierung ab. Und jetzt haben wir momentan hier auf jeden Fall so eine Phase, in der der Markt unheimlich zeitwärts orientiert ist und die Leute wieder sehr aggressiv sind, sehr wütend, innere Unruhe haben, sich zum Beispiel auch über die ganzen Ausstopper ärgern und so weiter und so fort. Die letzte Phase, in der wir das hatten, dass die Leute insbesondere auch in YouTube-Kommentaren so extremst ausfällig geworden sind, auch wenn es jetzt am Freitag keinen Anlass dafür gab, aber die letzten Tage hat man das schon deutlicher gemerkt, auch im Schriftwechsel, der per Mail kommt, dass der Ton einfach rauer wird. Das letzte Mal, dass wir sowas hatten, war hier. Was hat man hier? Hier hat man einen weitenden Keil. Hier hat man so einen weitenden Keil, der eigentlich als Flagge sogar noch durchging und wo wir immer wieder gesagt haben, es ist ein Bullenmuster, das ist ein Bullenmuster, der kann oben raus. Was hat er gemacht? Das ist am nächsten Tag, nachdem ich das gesagt habe, direkt wieder runter. Hat wieder ein neues Tief gestochen. Dann habe ich gesagt, aber grundsätzlich liegt die Chance, dass er oben ausrechnen kann, die ist da. Die ist durchaus da. Man muss da aufpassen, dann ist er wieder nach unten und dann gab es natürlich immer böses Blut. Ich kann aber nichts anderes machen, wie die Technik bewerten. Es ist immer so. Es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt. Es gibt aber auch eine Restwahrscheinlichkeit, dass es nicht eintritt. Auch ein bullisches Muster kann negativ auflösen, also in die andere Richtung. Das ist immer so. Das war die letzte Phase, in der das so krass war, wo ich mal wieder gesagt habe, Vorsicht, der kann auch echt oben einfach ausbrechen, wenn der da rausgeht und dann wieder lange Strecke laufen, weil sich die Leute schön vorbereitet. Das ist das Ergebnis, was dann kam. Das ist eine richtige Trendphase gewesen, in der der Markt auch einfach mal eine große Initialbewegung gemacht hat. So einen langen, roten, grünen Tag. Seht ihr den hier? Diesen langen, grünen Tag, der da einmal aus der Range rausging, wo dann viele einfach dagegen geschlagen haben. Ganz, ganz, ganz viele haben einfach dagegen geschlagen und gesagt, naja, den kriegen sie eh wieder, das kam jetzt immer wieder zurück. Stop los, mache ich diesmal nicht, hat die letzte Mal nicht geklappt. Sondern guckt, ob die nochmal einmal in den Gewinn seitdem gekommen sind. Nein, sind sie nicht. Egal, wo sie an diesem ganzen Tag investiert haben, Short, sind sie nicht einmal wieder in den Gewinn gekommen. Ja, die letzte Phase davor war hier in dem Zeitpunkt, wo der Keil gebrochen ist. Dieser größere Keil hier, der hier, den meine ich, der war da gebrochen. Da habe ich gesagt, Keilausbruch hätte theoretisch den Zielbereich hier in dem Fenster. Da haben wir immer wieder gesagt, was hat der Markt gemacht? Das ist natürlich immer wieder ein bisschen hochgestochen, immer wieder hochgestochen. Wir haben gesagt, naja, aber Keil eher unten und löst dynamisch auf und so weiter und so fort. Und das kam dann erst relativ spät, wo die meistens schon den Keil gar nicht mehr im Sinn hatten. Und dann hat er sich runter aufgelöst. Dann war auch wieder Ruhe und das ganze Ding ist in die andere Richtung vorgerannt. Aber das war auch so eine Phase, wo die Unruhe und das Aggressionslevel, dieser Genervtheitsgrad, sagen wir es mal so, es hat ja nichts mit meiner Analyse konkret zu tun, sondern eher mit der Marktsituation. Die Leute sind über die Marktsituation so unzufrieden. Also die sind so schlau, bin ich schon, dass ich nicht weiß, dass es nicht nur an meinen Worten liegt, was da passiert, sondern dass es immer ein bisschen mit der eigenen Positionierung einhergeht. Dann hat man zuvor hier so eine Phase gehabt. Wie gesagt, also hier haben wir natürlich gesagt, der Markt läuft zurück, läuft bis hier hoch und fällt dann. Ja, fällt dann von hier so. Das war die Aussage, die wir hier unten getroffen haben, wo wir ja auch unsere EDFs gekauft haben und so weiter und so fort. Dann war der Markt hier und was haben wir gemacht? Haben uns dann hingestellt und gesagt, naja, das passt eigentlich überhaupt nicht. Die Leute sind alle noch viel zu short. Zehn von zehn Leuten wollen den Markt jetzt tiefer sehen, wollen den Markt unten sehen. Ich kann mir vorstellen, dass der noch ein bisschen hoch läuft, dass die einfach erstmal alle rausgetragen werden aus ihren Short-Positionen. Wollte keiner hören, weil wir ja auch hier unten das gesagt haben. Da hieß es, du hast doch aber da gesagt und so weiter und so fort. Da gab es ganz, ganz, ganz böse Gegenwehr auch hier und was kam, der Markt hat das auch wieder ausgepanscht. Und damit erkennt ihr schon ein bisschen dieses Muster, wo der Markt die Leute seitwärts auskotzt und was danach immer kommt. Also das ist, das ist erkennbar. Und die andere Phase davor war das Zeitfenster hier, wo ich immer wieder gesagt habe, ey, passt ein bisschen auf, der Markt treibt nach unten mit diesen Corona-News. Seitdem das Thema da ist, sind ganz viele unheimlich bullig gewesen. Haben gesagt, na, das ist doch alles nur Schwachsinn, das ist doch nur ein Schnupfen. Damals gab es doch noch keinen einzigen Fall in Deutschland, noch keinen in Italien, noch gar nichts. Zu dem Zeitpunkt war das nicht so und wir haben immer gesagt, ignoriert nicht, dass der Markt anfängt, nach unten zu treiben. Weil was hat er gemacht? Er hat jedes neue Hoch, hat er immer wieder verkauft, hat er immer gesagt, das ist Trendschwäche. Zack, nach unten, dann kam hier ein neues hoch, zack, nach unten, dann kam hier ein neues hoch und zack, nach unten. Ähnlich haben wir das aktuell übrigens auch wieder. Es ist auch so, so eine Trendschwäche, die wir hier wieder drin haben. Ja, so, das hat er gemacht, der Markt, hat ihn da immer wieder ein bisschen gewarnt und die Leute haben auch gesagt, nee, bla, und das geht alles weiter und es steigt bis 19.000 und bis 20.000. Dann, glaube ich, sogar irgendwie was in der Bild in die Richtung. So, und dann kam dieser eine Tag, wo wir hier gesagt haben, ah, jetzt Vorsicht, haben wir auch unser Gespenstbild hier mitgenommen. Und gesagt, Vorsicht, der kann da unten raus, ne, dieses kleine Mädchen, was hier an den Zähnen knabbert mit dem Gespenst im Hintergrund, kann sich bestimmt der ein oder andere noch dran erinnern. Und dass der Markt hier jetzt durch kann, weil in Italien und so weiter die ersten Corona-Fälle waren und es damit transparent war, dass das so kommt. Also ich hätte damals vielleicht sowas gedacht hier so und dann vielleicht weiter sogar, aber niemals habe ich das kommen sehen, niemals habe ich das auch erwartet, was kam. Aber trotzdem, rückwirkend, wenn wir uns das angucken, guckt mal vom Timing her, ne, wie kommen solche Phasen hier? Seht ihr das? Das ist fast immer wieder der gleiche Abstand, ne? Es ist fast identisch vom Abstand, wie diese Phasen auftreten, wo die Leute immer wieder so, ähm, genervt sind von ihren Positionen, von dem, was der Markt halt macht und guckt immer, was danach kommt. Das heißt, wir sollten jetzt hier selbst jetzt aufmerksam sein, insbesondere wenn solche langen Auflösungskerzen kommen. Sowas wie das hier, das da, ja, sowas wie das da, sowas wie vielleicht das da. So eine lange rote Kerze oder grüne Kerze, die aus der Range rausgeht, die ging nicht raus am Donnerstag, die war noch nicht draußen, ne? Der ist nur am Band gewesen, aber war noch nicht draußen. So, auch hier haben wir natürlich, das ist hier die, die impulsgebende Kerze. Hier gestaltet es sich ein bisschen schwieriger, das muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es nicht wirklich so eine Impulsauflösungskerze. Da könnte man vielleicht diesen Pull weg hier, diesen, diesen, diesen Sprung von unten an den Kanal nochmal dran werten, ne? Aber da sollte man auf jeden Fall jetzt sehr, sehr, sehr gut aufpassen, wenn das Ding auflöst, weil darauf möchte ich euch jetzt vorbereiten. Das ist der ganze Sinn, warum ich jetzt hier fünf Minuten drüber erzähle, oder sogar schon zehn Minuten. Das Ding wird bald auflösen und das löst mit einer riesen Kerze irgendwann auf, oben oder unten raus. Die aus dieser Mensch einfach rausgeht und da muss man aufpassen, dass man sich da nicht dagegen stellt, weil im Zweifel das natürlich nochmal 1500 Punkte laufen kann. Natürlich kann das ein Fehlausbruch werden, ne? In so einer Bewegungsphase immer kann das ein Fehlausbruch werden, aber man sollte dort ganz klar Risiken abgrenzen. Das heißt, selbst wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier eine lange grüne Kerze drin, ich glaube, es wird ein Fehlausbruch, dann muss da ein Stop-Loss rein, weil ihr seht das, der Markt kommt nicht so schnell auf der Wieder- und sowas kriegst du mit einer gehebelten Position nicht ausgesessen. Ja, auch das schmerzt sowas von, das hält nicht jeder durch, das kann auch nicht jedes Depot ab. Auch sowas hält nicht jedes Depot ab. Deswegen, dass wir heute einfach ein bisschen als Sensibilisierung für das, was hier kommen kann, weil eins müssen wir sagen, das ist reif, der ist mehr als reif, der ist schon überreif. Der fängt schon fast an zu stinken und zu schimmeln, so reif ist der halt, ne? Der schlägt schon richtige Flecken an hier. Naja, weil ich sage mal ganz klar, zum Donnerstag, das war die ideale Voraussetzung auszubrechen. Wir haben Volumen gehabt, alle so einen Markanten, sagten wir haben den Trendbruch, den Dreiecksbruch, wir haben den Fehlausbruch oben, nach dem Fehlausbruch unten, dann unten komplett raus. Da war alles da, das Einzige, was er hätte machen müssen, ist einen Rücklauf zu bringen und dann zurück. So, und da sind wir jetzt genau bei einem Punkt, wo wir sagen können, aufpassen, das kann jetzt zum Montag gegebenenfalls sogar auf der Oberseite vielleicht auslösen. Auch wenn ich persönlich nach wie vor, wissen Sie, die Unterseite favorisieren würde, aber wenn der oben auslöst, dann ist das so. Und im Idealfall würde das jetzt so laufen, dass der nochmal zurücksetzt und sich dann so, wie er am Donnerstag das versucht hat, am Freitag versucht hat, nach unten wegzudrehen, dass er das dann einfach nach oben wegdreht. Und deswegen könnte ich mir sowas gut vorstellen, dass ihr probiert hier rauszugehen, die Trigger, die bleiben weiterhin gültig. Wir haben oben dann die 800 rum das Ziel und dann eben Richtung 49. Ich würde euch hier gerne noch eine Linie mit reinlegen wollen, und zwar über die letzten Hochs, die wir hier haben. Ja, ich muss ganz kurz gucken. Machen wir so, setzen den an und den machen wir mal ein bisschen prägnanter, irgendwie so in so einer Farbe, ein bisschen dicker noch. Ne, weil das ist wichtig, die Linie. Bricht er da jetzt oben raus, kann er sich durchaus echt Platz aktivieren. Ein bisschen im Hinterkopf müsste man noch behalten, dass im Anstieg, der sich an den vorherigen Boxen orientieren könnte, also an der Aufwärtsbewegung, die hier ist. Wartet mal, wartet mal, ich habe gar kein Lineal drin, das ist gefährlich beim Zeichnen. Das hatten wir schon mal, dann war die Linie falsch. Genau, dann müssen wir die auf jeden Fall nochmal anpassen, das war nicht richtig. Die muss dann hier rein. So ist übrigens auch der letzte Channel hier falsch geworden. So, dann haben wir den da ran. Das heißt, die nächste Aufwärtsbewegung würde sich jetzt an dieser Fenstergröße orientieren. Man hätte dann schon hier bei 7,75 wären so eine Bewegung durch. Das heißt, den Bereich sollte man sich ein bisschen genauer angucken. Dann wäre von hier, wäre dreiteiliges Bewegungsmuster vollendet. Es könnte auch bloß eine Korrektur sein. Das heißt, das ist eigentlich so die Stelle, wo der Fehlausbruch entstehen müsste. Das heißt, wenn unser DAX einen Fehlausbruch wirklich macht, dann muss der im Bereich von 7,80 bis, ich sage mal, kleiner Überschuss über das Allzeithoch ist okay, 8,20 bis 7,80 entstehen. Heißt, Montag oben raus, hier rein, Umkehr, harte Umkehr hier. Dann hat er die gute Chance, einen Fehlausbruch zu bauen und wieder komplett bis unten durchzugehen. Alles, was darüber geht, ich würde da schon ein bisschen reduzieren einfach. Weil das Risiko, dass wir hier das wiederkriegen, was wir gerade im Tagesschart gezeigt haben und der dann hier einfach lange Strecke läuft, damit rechnet jetzt kein Stry, dass im Sommer nochmal vielleicht 1.000, 1.500 Punkte oben rauskommen. Ich würde es jetzt auch nicht favorisieren wollen, aber vielleicht liegt auch deswegen gerade dann der Reiz für den Markt in so einer Strecke. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also, wir haben einen Markt, der momentan sehr, sehr viele Fehlsignale generiert. Wir haben einen Markt, der sich unheimlich unentschlossen zeigt, der immer wieder hin und her schlägt, immer wieder hin und her schlägt, immer wieder hin und her schlägt. Es ist momentan so transparent, dass zum Freitag eigentlich schon jeder wusste, was kommt. Jeder. Auch wenn der eine oder andere sich da viel schlauer als der andere gefühlt hat, hat man so aus den einen oder anderen Kommentaren entnehmen können, aber im Grunde wusste es jeder, was hier passieren kann. Das Risiko war für jeden klar, der kann das wieder umdrehen. Und lange machen die das nicht mehr, wenn jetzt alle immer damit rechnen. Die werden jetzt anfangen, wie ihr es am Freitag schon probiert habt, mal in der Mitte sowas umzudrehen oder einfach mal eine Kerze aus dieser Range rauszustellen. Ja, und da würde ich jetzt wirklich schon aufpassen. Das wäre jetzt für Montag meine Alternative. Ansonsten oberhalb von dem Teil haben wir hier Trigger-Chancen. Die bleiben ja weiter bestehen. Einfach in die 87, 88 rein oder gar darüber hinaus dann halt. Also die Option hat er definitiv. Passt ein bisschen auf am Montag, wenn der Aufwärtsgap liefert und das wieder abverkauft. Das haben wir in den letzten Monaten oft gesehen. Das Aufwärtsgap ist sehr, sehr, sehr gerne im DAX richtig abverkauft worden. Ja, das könnte dann auch schnell wieder zurückdrehen. Und dann ist das hier, ist für mich so eine Sollbruchstelle. Geht er hier wieder drunter zurück, und da sollten wirklich alle wieder gut zuhören, das ist das gleiche wie am Freitag mit dieser 4,60. Geht er hier drunter zurück, so unter die 5,35, unter die 5,50. Ich glaube, dann machen wir auch direkt das Gap zu. Der fuck geht ja nicht lang rum. Und dann steht er hier wieder an der 4,10 oder vielleicht sogar gleich wieder bei 3,50. Ja, das heißt für mich unterhalb am Montag von 5,50 ein Short-Ding. Und oberhalb Ausbruchschancen. Es ist einfach so, weil er ist zu reif jetzt. Das geht schon zu lange, und es ist viel zu viel Volumen gerade drin, als dass das sich jetzt noch lange ausschauen kann. Da gibt es langsam keine Maximalen mehr, die kommen können. Weil nurseitig ist nicht viel momentan. Die ganzen Politiker, da ist eher mehr Ruhe drin. Auch wenn sich ja der ein oder andere da das ein oder andere Thema als wichtiger einstuft, aber momentan, wir hatten andere Zeiten schon mal. Wo jeden Tag hier irgendwelche Kriege im Raum standen und irgendwelche Zollmaßnahmen und Zollverstärkungen und sowas. Und da gab es schon mal Wochen, da war wesentlich mehr Trubel drin. Und dafür haben wir extrem gute Volatilität und auch gute Umsätze. Und das ist immer vor einem Ausdruck richtig, dass es sich so aufschaukelt halt. Von daher glaube ich schon, man sollte langsam wirklich, deswegen habe ich mit euch auch das heute ein bisschen ausführlicher gemacht hier, dass wir uns darauf vorbereiten, was kann jetzt kommen. Weil ich es am Freitag halt gesehen habe, die ersten bei uns halt. Short unten rein, eigentlich will ich gar nicht Short. Ich teste erst mal, noch mal Short nachgekauft, noch mal Short nachgekauft. Wo ich dann auch mal gesagt habe, hey, Vorsicht, Vorsicht, passt ein bisschen auf. Und aus dem Grund setzen wir uns auch hier heute hin und machen das ein bisschen ausführlicher. Weil, wenn der Rears geht aus dieser Range, der hat das jetzt wochenlang gemacht. Der kommt erst mal nicht so schnell dann wieder. Und da muss man sich drauf einstellen, dass der Markt auch mal 1000, 1000, 2500 Punkte vielleicht auch mal weglaufen kann von so einer Stelle. Da muss man sich drauf einstellen. Und ohne Stop-Loss funktioniert in solchen Phasen wunderbar. Aber man muss so ein Setup an einer bestimmten Stelle auch mal abbrechen. Weil, wenn man immer ohne Stop-Loss handelt, mit Hebelprodukten, wird man ansonsten irgendwann einmal blank gesetzt werden. Das ist nur eine Frage der Zeit und wir beobachten immer wieder viele Trader, die das erst mal selber lernen wollen und wo es dann aber schon zu spät ist, wo dann auch alles weg ist. Und das kann man vermeiden. Und man kann ohne Stop-Loss traden, wenn man weiß, was man tut und in welcher Marktphase man es tut. Und wo man damit dann aufhören muss. Und das ist mir ganz wichtig, heute einfach mitzugeben an diejenigen, die sich jetzt hier ein bisschen angegeilt gefühlt haben oder eher abgegeilt vom Stop-Loss, da eben einen klaren Plan zu machen, wo beende ich meine Position. Das sagt sich nämlich jetzt so einfach, naja, wenn der da oben raus ist, dann mache ich das zu. Macht aber keiner. Plötzlich ist da noch mehr Geld drin und noch eine Position dazu. Da muss auf dem Zettel neben Bildschirm ein ganz klarer Plan stehen, wie gehe ich mit der Position um. Sonst hat man keine Chance. Dann unterliegt man seiner menschlichen Schwäche in voller Linie und verliert dadurch dann viel Geld. Und das einfach als Vorbereitung, hier eben ein bisschen so einen Ausbruch im Blick zu haben. Der kann oben kommen. Ich würde ihn unten favorisieren wegen diesem Keil. Momentan habe ich dafür aber jetzt wieder keine Berechtigungsgrundlage. Die hatte ich am Donnerstag, hatte nicht angespielt. Wir haben zwar ein tieferes Hoch, wir haben ein tieferes Tief per se, also Abwärtstrend. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er zum Montag das stehen lässt. Sollte aber zum Montag direkt runtertreiben, hier unten nicht hochdrehen, dann steht er wieder unten. Und dann wahrscheinlich auch wieder mit einem tieferen Tief. Okay? Damit machen wir die Analyse erstmal zu. Ich denke, es ist ausführlich genug heute. Mir ist es ganz wichtig gewesen, dass nochmal mit dem Stop-Loss, auch wenn dadurch das Video dem einen oder anderen zu lang ist, und wenn das der ein oder andere nochmal oft genug gehört hat, wir haben immer wieder neue Leute drin, immer wieder neue Leute, die neu zu uns kommen, immer wieder. Das Problem ist halt, der menschliche Instinkt legt einem sowas nahe. Man fühlt sich wohler, wenn man 20 Handelstage im Monat gut ist und nur einen schlecht. Weil für den einen gibt es immer eine Ausrede. Aber das Problem ist, dass bei den meisten dieser eine Handelstag, an dem man dann schlecht ist, die kompletten Gewinne und meist die ganze Einzahlung noch wieder wegfrisst. Und da darfst du nicht hingehen. Das ist kein nachhaltiges Trading. So verliert man immer auf Dauer Geld halt. Sondern Ziel sollte sein, dass man wirklich ganz konstant mit Risikomanagement arbeitet. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich habe am Freitag das erste Mal gesehen, dass hier so langsam Grenzen verschwimmen. Und es ist mir deswegen sehr, sehr wichtig, hier ausführlich drauf einzugehen. Auch für diejenigen, die jetzt hier nur zugucken und eben nicht bei uns mit dem Premium drin sind. Also für alle. Deswegen seht es nach, dass es ein bisschen länger geworden ist. Aber es ist wichtig. Man muss da drauf, ich muss da drauf immer wieder sensibilisieren, weil einfach zu viele Leute mit sowas immer wieder über die Planke sprechen. Immer wieder. Es sind immer wieder die gleichen Sachen, wie die Leute von ihren. Es sind auch immer wieder die gleichen Sachen, wie die Leute profitabel werden. Aber Stück für Stück, überall ein bisschen, wir fangen jetzt erstmal an, hier ein bisschen Risiko zu schützen. Ich gebe euch ja jedes Mal mit dem Video irgendwo ein bisschen was mit. Und sonst sind wir hier bei 10 Stunden heute. Also ich mache jetzt hier zu. Wie gesagt, sieht es nach. Es ist trotzdem unheimlich wichtig. Da stehe ich auch voll dahinter. Können wir sagen, was wir wollen. Das gehört hier rein. Und das muss auch heute sein, weil eben für den Montag das Risiko da ist, dass er eben einen langen grünen Tag reinstellen kann. Wenn er unten reinstellt, alles gut. Aber auch unten raus entsteht später dann am Dienstag das Risiko, dass er sich langstrecken kann. Gut. Ich denke, ihr habt es verstanden. Wir gucken, wichtigsten Marker des Tages ist wahrscheinlich 5,50 bis 5,35 und eben Ausbruchsniveau hier oben um die 7,10. Insofern und natürlich 87 bis 8,20 diese mögliche Fehlausbruchszone, sagen wir mal. Ich wünsche euch viel Erfolg am Montag und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschö.